Der ist seit zwei Jahren in unserer Klasse und kann immer noch nicht lesen. Herr Wix, da soll man auf eine andere Schule geschickt werden. Das stört uns langsam hier. So einen ungebildeten Schüler brauchen wir in unserer Klasse nicht. Entschuldigen Sie mich später. Was hat denn ein Polizist auf unserer Schule zu suchen? Sahid hat seine Schultasche zu Hause vergessen. Sahid, ist das dein Vater? Ja, das ist mein Vater. Digga, Sahid, du weißt, ich mag diese, ne? Alles klar, Uwe. Zeit ist der klügste Schüler auf unserer Schule. Der Beschuldigter ist flüchtig Richtung Theaterpassage. Der Wichtiger ist weiß, trägt einen roten Kapuzenpullover und blutet stark.